... die angestrebte Staatsreform wird dabei noch die kleinste von Drehversorten sein. Viel haariger wird es werden. Drehversorten ist schon gut, um das zu begreifen. Er hat eine einmalige Chance bekommen, um Premierminister zu werden und um eine andere Politik zu führen. Aber umsonst wird er das nicht bekommen. Der Auftrag der Wähler an die Wähler lautet...